Tu diese Dinge und du wirst einen perfekten Start in den Tag haben. Und zwar geht es darum, wie du deinen Tag voller Authentizität, Bewusstheit und Wachheit startest und dann natürlich auch in eine sehr hohe Schwingung reinkommst, in eine sehr positive Schwingung, die dich den ganzen Tag beflügelt. Du startest aber nicht, indem du mit positiven Affirmationen loslegst oder mit Visualisierungen. Nein, frage dich und da reichen oft ein paar wenige Minuten, einfach in dich hinein zu spüren, was möchte denn gerade gefühlt werden? Weil, weißt du, viele Menschen machen so eine Routine daraus. Sie starten, ich schreibe jetzt diese Affirmationen, Affirmationen auf, ich schwinge mich kurz auf diese Energien ein, aber sie machen es dann gar nicht mehr voller Wachheit, sondern es wird eine Routine und merken es nicht. Also nimm auch das schon mal wahr, wie sehr sich oft die Routine einbaut in deine Dinge, die du so magst. Und dann frage dich aber, was möchte denn gerade gefühlt werden? Was möchte dein Ego vielleicht gerade loswerden? Und hier ist es eben so, man denkt, ja, was möchte ich sagen? Erlaube dir, absolut primitiv zu sein, weil diese Zwangspositivitätsfilter, die sind ja bei vielen Menschen einfach auf der unterbewussten Ebene aktiv und die sagen, nein, das darfst du doch nicht, das manifestierst du ja sofort, das ist ganz schlimm, aber das ist ja nicht die Wahrheit. Spür mal rein und erlaube dir wirklich, es darf beleidigend sein, es darf wütend sein, es darf traurig sein, es darf einfach primitiv sein, es darf alles da sein. Und erst durch diese bedingungslose Akzeptanz integriert sich auch mehr und mehr über den Tag diese Authentizität, weil dieser Zwangspositivitätsfilter, den haben so viele Menschen und der verhindert, also der lässt die Menschen richtig tief schlafen, genauso wie die Menschen, die durchgehend wütend, traurig und so weiter sind. Also diejenigen, die sich in ihren negativen Emotionen verlieren, die schlafen auch den ganzen Tag und das war bei mir nicht anders früher. Man läuft herum wie ein Zombie und das bringt dich halt überhaupt nicht weiter. Deshalb integriere Wachheit in allem, was du tust. Und wenn du voller Wachheit bist und dir das erlaubst, hey, was möchte denn mein Ego loswerden und das hat wirklich vielleicht so ganz, ganz komische Vorstellungen, vielleicht ist es irgendwo beleidigt oder enttäuscht, hey, es ist okay, dann spür da mal rein, spür dich wahrhaftig. Es heißt nicht, dass du dich darin verlieren sollst. Aber werde dir dessen bewusst, dass dieses Ablehnungsprogramm meistens auf der unterbewussten Ebene stattfindet. Das heißt, du musst es oft gar nicht mehr proaktiv ablehnen, sondern es ist eine so starke Konditionierung, dass dein Unterbewusstsein einfach so viele Emotionen unterdrückt und ablehnt und dass es sich dann gegen dich selbst richtet. Und das solltest du nicht nur frühmorgens machen, sondern wirklich den ganzen Tag über, weil eben dieser Filter, dieser Zwangspositivitätsfilter aktiv ist. Ja, da kommt ja auch von früh oft noch, so, hey, hör auf, wütend zu sein, benimm dich, sei nicht traurig, es ist alles in Ordnung. Dann, weißt du, der wurde von früh auf so stark hineinkonditioniert, dass das allein dadurch schon so aktiv ist. Das heißt, spür mehrmals täglich da in dich hinein und frag dich, gibt es irgendetwas, was gefühlt werden möchte, was ich aber gerade nicht fühle? Gibt es irgendwas, was mein Ego sagen möchte, was ich aber gerade nicht mache? Ja, vielleicht gibt es etwas, wo eine Situation, wo du merkst, boah, da möchte mein Ego jetzt so richtig was loswerden. Und hier wichtig, du manifestierst es dadurch nicht und du verlierst dich dadurch auch nicht darin, wenn du das voller Wache magst. Weil wenn du sagst, okay, mein Ego möchte jetzt folgendes loswerden. Und dann gehst du auch ganz bewusst ins Ego. So, für ein paar Minuten, es reicht vielleicht sogar oft ein, zwei Minuten. Und dann lässt du das alles raus, aber so wirklich gerne auf der allerprimitivsten Art und Weise, so wie es dein Ego möchte, ohne dich einzuschränken. So wichtig, ohne dich einzuschränken. Und dann, wow, wirst du so eine Befreiung erleben. Weil wenn du es voller Wachheit magst, auf einmal kommen währenddessen du das tust und aussprichst, kommen direkt schon Eingebungen und Erkenntnisse und auf einmal harmonisiert sich innerlich so viel und du merkst, wow, das ist so befreiend. Aber nur, weil du es mit voller Wachheit und Bewusstheit gemacht hast. Die meisten Menschen machen das ja den ganzen Tag über und verlieren sich darin, sind damit identifiziert, haben damit eine Überzeugung, eine Meinung gespeichert. Und das ist natürlich sehr toxisch. Das heißt, du magst das immer aus dem Aspekt heraus, weil du weißt, da gibt es Energien, die gerade in Disbalance sind bei dir und du möchtest diese harmonisieren, balancieren. Und das ist der Hauptgrund, warum du das magst. Jede Stimme und jedes Programm hat einfach seine Daseinsberechtigung und da bist du in der bedingungslosen Akzeptanz. Und dadurch, dass du innerlich diesen Stimmen, diesen Raum gibst, diesen Programmen, dass sie da sind dürfen, verlieren sie die Macht über dich und du wirst im Außen auch keine Konflikte mehr erleben. Warum? Weil die meisten Menschen erleben im Außen so viele Probleme und Konflikte und komische Situationen, weil sie innerlich Krieg führen mit den ganzen Stimmen, die da sind. Und sie sind immer mit irgendeiner Stimme identifiziert, mit irgendeinem Programm und das führt innerlich richtig viel Krieg. Ist ja logisch, wie im Innen, so im Außen. Dann muss es ja im Außen gespiegelt werden. Also wenn du das umsetzt voller Wahrhaftigkeit und das musst du nicht den ganzen Tag machen, das reichen oft ein paar Momente, dann kannst du folgendes machen, dann startest du damit, dass du dich auf die positiven Dinge einschwingst. Dass du sagst, okay, ich bitte und beauftrage jetzt, dass die im höchsten Wohle meines Seins mir dienlichen Frequenzen, Schwingungen und Energien vollständig in mich integriert werden. Und dann spürst du hinein. Und auch während dem Sprechen, du sprichst es gern ganz langsam. Und zum Beispiel auch, wie fühlt es sich an, jetzt, grundlos glücklich, voll und ganz, mit mir und dem gegenwärtigen Moment und dem Leben in Liebe verbunden zu sein. Und dann spürst du in diese Schwingung hinein, was du da sprichst. Und wichtig ist hier, kreiere dir wirklich eigene Sätze. Lerne ein hoch schwingendes Vokabular anzuwenden. Natürlich, du findest ja bei meinen anderen Folgen und bei den geführten Affirmationen und so weiter, findest du ja viele Beispiele, von denen du dich inspirieren lassen kannst. Und hier geschieht auch folgendes, sobald du eine Affirmation auswendig kennst, dann braucht es noch mehr Wachheit. Weil viele Menschen, weißt du, es gibt so ein Phänomen, zu Beginn ist alles super, motivierend, es ist eine Inspiration da, toll, Begeisterung setzt das jetzt um. Und dann ist auch meistens ein bisschen mehr Wachheit da, weil man kennt die Dinge ja noch nicht. Also man muss irgendwie sich darauf konzentrieren. Wenn die Dinge aber abgespeichert sind, wenn du sie auswendig kennst, dann auf einmal merken die Menschen, hm, irgendwie hat es nicht mehr die gleiche Wirkung. Ja, weil nicht mehr du das magst, sondern dein Verstand. Also, du kannst einfach mehr Wachheit integrieren, indem du diese Sätze, und ob du jetzt Affirmationen oder Afformationen anwendest, bist, du integrierst die Wachheit, indem du einfach schon langsamer sprichst, dir selber beim Reden zuhörst, und wirklich mal so rein spürst in deine Stimme, in die Wörter, die du sagst, weißt du, auf einmal, auf einmal wird das zur Meditation, weil du dir selber zuhörst, es ist so angenehm. Also bei allem, was du magst, es geht immer darum, dass du dich wahrhaftig dabei spürst, und dich selber dabei wahrnimmst. Und dann auf einmal bist du immer in der Authentizität, in der Wahrhaftigkeit, weil du spürst auch, wenn du jetzt startest, einfach so, sagen wir, in dir sind Dinge im Unreinen, irgendwas vom Ego, was losgewerlassen werden möchte, was gesagt werden möchte, und du startest sofort mit irgendwelchen positiven Dingen, positiven Aussagen, und du machst es voller Wachheit, und spürst einfach in dich rein, dann spürst du, da ist gerade ein Widerstand, irgendwie kann ich das nicht fühlen, was ich da gerade sage. Gut, das heißt, da muss irgendwas anderes noch da sein, was ich gerade nicht wahrnehme, dann spüre ich da mal rein, irgendeine Gegenstimme muss dazu da sein, die mir das gerade nicht erlaubt, das auszusprechen, oder das zu fühlen, was ich gerade fühlen möchte. Du findest übrigens in den Show Notes, und in der Beschreibung, sehr viele hilfreiche Links, mit kostenfreien Downloadmöglichkeiten, Zugang zum Manifestationsclub, wo noch weitere tiefgreifende Inhalte auf dich warten, und auch meine aktuellsten Online-Live-Workshop-Termine, wo du definitiv mal teilnehmen solltest, da kannst du mir auch deine Fragen stellen, und wo du auch Meditationen und alles wirklich auf einer sehr tiefgreifenden Ebene erlebst, damit hier wahrhaftige Transformationen geschehen können. Ja, setz das um für dich, was du jetzt gelernt hast, und du wirst wahre Quantensprünge erleben, in deinem Sein, in deinem Tun, du wirst innerhalb von einer Woche mehr transformieren können, als sonst in einem halben Jahr, weil vielleicht hat vorher diese Authentizität einfach gefehlt, und man hat einfach nur aufgrund von Programmen agiert, und wenn du das veränderst, wow, dann geschieht so vieles. Das war's zu dieser Folge, abonniere meine Kanäle, YouTube, Instagram, Podcast, und ja, ich freue mich auf alles weitere mit dir, und bis zur nächsten Folge wünsche ich dir alles, alles Liebe. und bis zur nächsten Folge.